peng servus und hallo schön dass ihr wieder reinschaltet ich hoffe es geht euch gut wir sind zurück in train sim world 3 und fahren heute die wunderschöne baureihe 612 über die teranta rampe ihr habt richtig gehört check ich habe mir das dlc besorgt bin auch schwer begeistert mehr dazu gleich in game auf der strecke wir fahren in der doppeltraktion dresden chemnitz natürlich nicht im szenario sondern nach fahrplan den e3 dresden nürnberg um 11 52 auf den genannten teilstück dresden bis chemnitz geht über eine stunde von daher machen wir einfach hier für youtube einen zweiteiler daraus steigen direkt ein und ich wünsche euch viel spaß mit diesem video so 213,1 ton bei vier zugeinheiten bei 100,7 meter länge wir stecken den richtungswender und schieben ihn nach vorn öffnen die türen links und schauen uns das gerät mal von außen an so sieht es aus es sound packt ein wenig weiß nicht ob es an meinem system an tsw 3 oder an dem dlc liegt macht nichts damit können wir leben die 612 schaut unheimlich gut aus daftail hat es glaube ich cool auf jeden fall in game umgesetzt und mir war nicht bewusst dass die 612 schön aussehen kann obwohl ich früher sehr sehr viel mitgefahren bin mit dieser garnitur nürnberg dresden da oben steht in die c der fährt 50 sekunden früher als wir laut fahrplan aus und damit eine schöne mitfahrt genießen können verlassen wir mal unseren fahrplan und fahren einfach unplanmäßig 50 sekunden früher ab rüsten dafür schon auf netzschalter ein dann gst für die neigetechnik ein brems hier bremsschlüssel gesteckt und ein und dann sind wir fertig hier noch signal leuchten auf spitzen signale steigen noch mal aus schließen schon mal die türen und warten darauf sobald der ece seine türen verriegelt gehen wir in die leistung und fahren schon mal los damit wir die schöne parallele ausfahrt hier aus dem dresdner hauptbahnhof genießen können so auf geht's zu bremse lösen und leistung rein abgeht die wilde fahrt ja und wenn noch nicht geschehen dann lasst unbedingt und sehr gerne ein abo da jedenfalls freue ich mich natürlich auf eure likes und kommentare vielen dank vorab dafür so alle die jetzt noch kommen die letzte minute vor abfahrt und den zug erwischen wollen die werden natürlich stinkig sein zum glück kann mich keiner mehr köpfen ich bin schon unterwegs in diesem zug und denis dazu kommt natürlich in einer stunde glaube ich wenn ich richtig liegt der denn auch dresden nöhnberg fährt selavi so ist das leben sowie guck mal so schaut die parallele ausfahrt aus sehr sehr cool grafik ist wie immer ein highlight gefällt mir unheimlich gut der ic macht sich sicherlich auf den weg richtung leipzig oder was anderes gibt es eigentlich von dresden gar nicht mit ce berlin fährt der euro city nürnberg direkt hier von daher geht es über leipzig mit ich denke ich liege richtig aber wie immer große unsicherheit so hier geht es mal runter wir machen man die dynamische bremse an auch wenn du nicht verstanden habe was die bringt ob die was bringt wie die was bringt naja sei es drum und ich habe mir überlegt fahren wir mit den zugsicherungssystem wir fahren freunde auch wenn wir damit keine zwangsbremsen riskieren sondern garantieren wir machen es sie fahren pzb 1 dann befreien wir uns auch gleich schon mal und dann drücken wir uns die daumen dass es was solides wird und wir nicht allzu viele zwangsbremsen kassieren ihr wisst wie es mit mir ist ich bin da absolut nicht sattelfest kein lokführer kein eisenbahnspezialist alles learning by doing ja im selbstlernen kurs sozusagen über die zeit hinweg habe macht noch vieles eher mit glück als verstand und so manches habe ich bis heute nicht begriffen müssen wir mal gucken wie wir hier durchkommen ja dieses dlc gab es gerade im angebot auf steam für unter 17 euro ich glaube ich habe 16 50 oder 16 95 bezahlt und yo daftale ist teuer die ganzen dlc ist tsw alles immer teuer aber angebot und nachfrage das angebot ist da und die nachfrage wohl auch es wird gekauft von mir wie von vielen von euch von daher wird daftale die preise entsprechen zu lassen und diese politik weiter verfolgen können und dann ist es so jeder hat die freiwahl entweder er kauft oder lässt es sein in dem fall habe ich mal gekauft im sale und hoffe damit einen halbwegs soliden halbwegs soliden preis erhalten zu haben für diese knapp 17 euro an sich bin ich natürlich komplett sachsen affin ich kenne dresden in und auswendig ich kenne sachsen schon sehr umfänglich aber halt alles nicht vom gleis also kann ich euch leider nicht schön durch das game durch diese fahrt durch moderieren entlang auf der strecke so leid mir das tut aber dann geht es schon so ihr kennt mich und wisst dass ich ja das sowieso eher wieder eisenbahnunterfahren bin und ja ich fahre natürlich wieder mit unterstützung von meinem zweiten bildschirm wo ich einige hilfsinformationen eingeblendet habe die mir aber auch nicht mehr zwingend so viel weiterhelfen das ist ein problem müssen wir gucken wie wir durchkommen so und auch hier wir fahren wieder weit unter erlaubten erlaubter geschwindigkeit was eine katastrophe liegt aber auch daran dass ich gerade noch so viel quatsch jetzt müssen wir mal die schub reinhauen nächste halte sechs kilometer freital däuben blickt noch mal von außen auf unseren zug auf unsere garnitur doppeltraktion sie fahr so wirklich wunderschön grafik schön garnitur schön und jetzt noch der große lobeszug meinerseits ohne mal kurz hier bahnsteig vorbeifahrt durchfahrt kurz mal bemerkbar machen ja also ich muss schon sagen aus meiner leihenhaften bewertung heraus ich finde die steuerung dieses dieseltrieb zuges hinsichtlich den physikalischen fahreigenschaften des leistungshebels des segels nennt man segeln beim auto nennt man segeln wenn man ohne schub dahin gleitet und auch der bremse wahrscheinlich alles wirklich gut gelungen macht unheimlich spaß unheimlicher spaßfaktor fahrspaß hier kenne ich so kaum wenn ich im vergleich ziehen sollte der ist ein bisschen dubios aber tatsächlich ziehe ich den dann zu train zu tram sim munich zu der straßenbahn simulation in münchen die ich auch ab und zu hier auf unserem kanal fahre da finde ich gibt es ein ähnlich cooles physikalisch adäquates feeling hinsichtlich der leistung die man reinlegt dem segeln was man machen kann und dennoch ja der bremse die man reinlegen kann nun ist das andere fahrzeug die tram über die spreche sogar noch ein elektrofahrzeug und kein dieselfahrzeug ist ein bisschen skurril der vergleich aber das fällt mir halt dazu ein und ja macht wirklich spaß auch die soundkulisse wenn wir hier in game sitzen vielleicht höre ich besser als hier ich weiß es nicht so genau wie gut meine sound einstellung bei der aufnahme wieder sind finde ich unheimlich gut bin ich sehr passendes feedback was ich von der soundkulisse vom dieselmotor mehr oder weniger hier auch in der fahrerkabine führerstand zurückspiegelt bekomme so also so viel mal dazu großer lob für diese 612 und ich bin damals so oft das gerät gefahren mitgefahren weil ich halt immer von münchen nach dresden zurückgefahren bin und der günstigste schnellste weg war tatsächlich soweit ich mich noch richtig erinnern kann immer über von münchen bis nürnberg und dann umgestiegen in den er was glaube ich damals noch in der regio was war das blauen zweckau chemnitz dresden so die richtung genau hat aber dann eigentlich kein bock mehr drauf irgendwie war mir die fahrt zu unbequem selbst wenn ich damals erste klasse gebucht habe was denn ja nicht den kurse fett macht auch bei dem bei der 612 war ich dann tatsächlich so ein snob und bin lieber ice bis leipzig gefahren und dann umgestiegen und dann ice weiter von leipzig nach dresden gefahren andersrum genauso hat mehr geld gekostet und war auch etwas länger in der fahrzeit aber so war es halt gewesen heute wertschätze ich das ganze an das ganze hier ganz anders in game auf jeden fall muss sagen gefällt mir so jetzt hier unheimlich gut und ich würde wieder 612 fahren wollen ganz klar auf jeden fall und erzähl kann man dürfen war so gut auf kurs oder wirklich schön so zu schnell verdammt angst glück gehabt nichts passiert wir hätten wenigstens noch mal uns bemerkbar machen können bei der gerade erfolgten zugdurchfahrt aber gut ist das halt auch nicht erfolgt und dann in 1,6 kilometer erreichen wir freital-däuben nehmen wir die leistung noch mal rein wenn wir dann auch gleich wieder bremsen müssen wir haben noch ein bisschen bonus weil wir zu früh in dresden losgefahren sind wo wir hier nicht am geschwindigkeitsoptimum garminent fahren müssen aber schön ist was anderes ich weiß ich weiß dafür schnacken wir aber gerade noch zu viel und schwulen mal so ein bisschen rum so bremsen wir probieren mal zu bremsen mit der dynamischen bremse bin ich noch kein freund nicht so richtig begeistert sie fahrt sie fahrt zwangsbremsen nicht mit mir jedenfalls noch nicht heute ja das richtige bremsverhalten hier mit der 612 das müsste ich tatsächlich wahrscheinlich erst mal noch lernen da kenne ich mich noch nicht aus wir rollen mal wieder ja checko like wie so ein bleppo hier in den bahnhof rein das ist ein bisschen uncool natürlich immer noch besser als wenn wir im bahnhof überfahren würden aber das kannst du auch keinem fahrgast antun wäre mir unheimlich peinlich im real life wenn ich so hier reingeballert komme reingeballert reingejogelt komme aber ja da muss ich ein bisschen üben tatsächlich mein erster fahrversuch auf der 612 ist halt so so türen entriegeln und wir gucken uns mal von außen an wie gut wir hier im bahnsteig drin ok wir sind immerhin vollständig im bahnhof drin ja freital dazu kann ich nichts sagen kenne ich mich zu wenig aus so schaut die geschichte aus haben wir eigentlich bremse drin ja ist drin wir haben noch 20 sekunden ja ich wollte eigentlich mal aufstehen kommen wir jetzt nicht mehr beide verriegeln dann geht es halt jetzt weiter so bremse lösen leistung rein nächster halt tarant in 4,2 kilometer so was jetzt rechts unten die rot blinkende gnt anzeige zu bedeuten hat ich weiß es nicht bin ich zu unbewandt wenn ihr es wisst schreibt es gerne in die kommentare ich ignoriere sie jetzt schlichtweg einfach mal und gebe schub 140 gramm hasen aktuell erlaubt beziehungsweise gleich 110 und die werden wir dann probieren auch natürlich wieder auszureizen jetzt ohne bonus dass wir zu früh im fahrplan losgefahren sind sondern regulär im fahrplan unterwegs da muss es jetzt auch passen gibt es hier eigentlich bei der 612 irgendwas lzb mäßiges beziehungsweise geschwindigkeits tempomat regulierendes afb jetzt wird wieder ein menschen afb gibt es eine art afb hier ich habe keine gefunden so auf die schnelle ja nice sehr sehr cool so bahnhoffs durchfahrt an der bahn steckkante vorsicht ein zug für durch und wir schwimmen schon wieder dahin und fahren nicht an der geschwindigkeits obergrenze was da los ich habe doch einfach viel zu viel respekt vor pzp und guck muss ich auch sagen wobei das so ja auch nicht sein soll sein darf ist voll der quatsch also rein mit der leistung und anfang das ist so nice wieder völlig überfordert mit allem checko wo ist wasser hauptsache keine zwangse kassieren und wild rumdrücken ja es ist so klar so wir fahren hier auch durch vorsicht bitte vorsicht bitte ähm erlaubt sind für mich 85 km aktuell weiter hin 85 km 90 km so dann runter auf 60 km ja wenn ich das nicht mal gut daichsle freunde dann weiß ich auch nicht aber wie gesagt ich kriegts mit bisschen mehr glück als verstand oh man ey Sifa 1,2 promille steigung wir verlieren weiter an speed und erreichen dann jetzt tarant muss ich tatsächlich überlegen und ich weiß nicht ob ich schon mal in tarant war ich würde es mal nicht ausschließen meine schwiegereltern schleppen mich überall in der schweiz in der schweiz äh in sachsen aber ob ich in tarant war ich weiß es nicht so wir kommen ein bisschen besser rein ein bisschen besser als eben und ich glaube mit der bremsung bin ich schon zufrieden kann man so machen auch fahrkomfort mäßig alles kein thema so ausstieg in fahrtrichtung rechts dann sind wir schon über fahrplan krass dann geht es auch gleich weiter da verriegeln die jetzt schon ja äh bremse raus leistung rein und ab geht's klingenberg kolmnitz in 9,1 km und da muss ich mal gucken ich glaube das wäre schon unser zwischenhalt wo auch dieses video endet so auf kurs wir dürfen auch 100 km beschleunigen läuft oh nein ok jetzt waren sie keine ahnung warum wieso ich habe es nicht geschnitten geht aber schon weiter ok geht gleich weiter so muss ich mir ein video angucken was passiert ist wieso habe ich das nicht geschnallt keine ahnung am ende war es jetzt nicht so schlimm und gucken sind die fahrgäste nervös ne guck mal alle dude die sonne scheint was soll schon sein ich vergesse immer dass wir die leistung komplett raushämmern wenn ich sie reduzieren will schieße ich sie immer komplett raus auch wenn es grad wieder mal gar nicht nötig gewesen wäre man 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 sie fahren in 2,3 km 60 km h ist ja noch ein stück auf jeden fall hängen wir dann im fahrplan noch mehr hinterher durch die aktion die wir gerade verzogen haben naja passiert schon schön muss ich schon sagen grafik immer wieder ein highlight absolut gucken dass sie nichts anderen vorne wir müssen runter von der geschwindigkeit geschwindigkeit raus und dann bremsen wir mal ein bisschen ein so alles im blick wir sollten eigentlich gut reinkommen hier in die 60 km h sie fahren guck mal doch fast unsolide oder kann schlimmer sein wieder ein bisschen zu viel an speed verloren aber hey da wäre ich auch gern echt mal ja zuschauer im führerstand von der 612 keine ahnung die regulierung der leistung hier jetzt natürlich auch auf der rampe eine echt spannende geschichte insgesamt nur zu wir wollen noch mal dann wir wollen jetzt auch unsolide an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt. Und aktuell schaut es doch noch alles echt gut aus. Ich freue mich, dass wir so gut durchkommen, muss ich schon sagen. Wobei auch die Anforderungen jetzt noch nicht groß irgendwie spektakulär waren. Guck mal, wie schön das ausschaut. Also I like. Und ich freue mich. Und ich freue mich. Ich freue mich. Super cool. So, und wir schleichen wieder viel zu langsam dahin, es ist, es ist ein Problem, aber ich glaube, würde ich für mich spielen, ohne hier probieren, ein YouTube-Video draus zu machen, auch die Außenaufnahmen nicht zwingend so zu machen, sondern einfach von mir hin zu fahren, mehr an der Ideallinie sozusagen, würde ich da tatsächlich auch ein bisschen optimierter auf jeden Fall fahren, als so wie hier, da bin ich mit allem überfordert, auf alles zu gucken, dass wir hier im Load bleiben. 4,4 Kilometer noch. Bei zwei Minuten Fahrzeit, laut Fahrplan, ob wir das schaffen, 4 Kilometer finde ich ganz schön viel noch, mit Blick auf unsere erlaubten Geschwindigkeiten. 9,4 Kilometer. $5,5 Kilometer. auch wieder so nice Checko und der Leistungsregler Katastrophe aber sie verkanne ich ein Traum so 90 erlaubt erlaubt und wir sind am entschleunigen wir müssen noch beschleunigen verdammt argst aber 2,3 Promille oder oder Prozent nee Promille oder es ist tatsächlich Prozent so wie ich es vom Auge her sehe würde ich sagen es sind tatsächlich Prozentangaben ist schon eine ganze Menge da haben wir mit einem schweren Güterzug hoch was haben wir da jetzt im Angebot noch die 185 oder von Railpool die würde ich natürlich dann auch unbedingt nochmal fahren wollen hier aus dem DLC raus bin gespannt wie wir uns da machen und bin gespannt ob es sich lohnt den Video draus zu machen oder ob es einfach nur Katastrophe ist mit mir im Führerstand und die Leistung wieder rausfallen lassen zu doll gibt gar keinen Grund ja keine Ahnung wie fehlt das Gefühl viel am labern wenig am professionellen fahren so nochmal Außenansicht so nochmal Außenansicht sehr sehr cool so 1,3 Kilometer dann sind wir da ja und den Fahrplan den haben wir jetzt schon gerissen aber volle Pulle naja ist ja verständlich so wie wir hier rumeiern beim nächsten Mal wahrscheinlich im Offscreen werde ich dann hoffentlich besser sein was ich schon mal sagen kann an dieser Stelle ist vielen Dank fürs Reinschalten ihr Lieben wenn noch nicht geschehen lasst unbedingt uns sehr gerne ein Abo da ebenfalls freue ich mich natürlich auf eure Likes und vor allem auf eure Kommentare ich hoffe ihr seid gesund bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video schon mal vorab es wird wie gesagt ein Zweiteiler werden hier ab Klingenberg Kolbennitz dann den Rest der Strecke bis Chemnitz fahren wir natürlich im nächsten Video weiter und wir gucken mal dass wir hier jetzt adäquat noch anhalten was aber eigentlich kein Problem sein sollte Sifa wir sind knapp im Gefälle gerade gewesen man merkt es so wie der maximale Summeier wir stehen ok in dem Sinne rechts entriegeln Türen auf bis zum nächsten Video macht es gut bis zum nächsten Video 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 bis zum nächsten Video